Hallo Leute, ich habe etwas ganz Schreckliches getan heute. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe fast mein ganzes Geld ausgegeben und ich habe noch eins draufgelegt. Ich hatte ursprünglich noch nicht mehr so viel Geld auf dem Konto und trotzdem müsste ich mir jetzt etwas kaufen. Ich war mit einer Freundin in der Stadt, wollte eigentlich nur gucken, wie zum Beispiel nach einer Kamera. Ich habe mich nach einer schönen HD-Kamera erkundigt, nach so einem Camcorder für bis 200 Euro. Dann habe ich etwas gesehen. Ich wollte eigentlich nur gucken, was es so für Alternativen gibt, aber ich... Ah, jetzt habe ich gar kein Geld mehr drauf. Ich zeige euch jetzt am besten mal, was ich meine. Ich habe mir ein sehr, ich sage mal von den Bewertungen her, gutes Headset gekauft für meine Let's Plays, damit meine Stimme einfach besser ist. Im Internet war es 55 Euro, aber im Internet bestelle ich nicht so gerne etwas, zumindest was Technik angeht. Technik? Ich habe nur gucken wollen, was es so viel gibt, was es so für Angebote gibt und dann gab es das hier wirklich. Es war 59,99 Euro oder so, glaube ich. Also auf jeden Fall 60 Euro insgesamt so halt aufgerundet. Ich werde es jetzt gleich ausprobieren. Ich bin so aufgeregt. Einfach, da ich so glücklich bin und es fast überhaupt nicht bereue, dass ich es gekauft habe, werde ich es jetzt mit euch aufmachen. Ich weiß doch nicht, wie man sowas aufmacht. Sowas immer random-mäßig. So wie ich gerade lustig bin. Ich glaube, man kann es auch so öffnen. Mir wurde ja empfohlen, irgendwas von Sennheiser zu nehmen. Und wie gesagt, auf, glaube Amazon oder so. Ja, Amazon war es. War die Bewertung einfach richtig schön. Ich habe es ausgepackt. Im Fall. Ah, ich bin so aufgeregt. Dann werde ich heute noch ganz viele, oder ein Spiel spielen müssen. Ich hatte den Heimweg, die Bahnfahrt, übelst Angst, dass es irgendwie zu Schaden kommt. Oh mein Gott. Mikro. Es ist fest. Es ist wie Weihnachten, echt. Ich stand früher übelst auf Barbies und Barbies waren auch immer so verpackt hier. Und da habe ich mich immer so gefreut, wenn ich eine neue Barbie bekommen habe. Die habe ich auch immer so total vorsichtig aufgemacht. Vor allem dazu kommt dann auch noch, dass ich mir gestern neue Schuhe gekauft habe für 30 Euro. Und jetzt ist mein Geld wirklich... Hörde! Uhuhuhu! So. Richtig schick, der Junge. Vor allem, man kann auch eine Frisur haben. Sexy sieht es jetzt nicht unbedingt aus. Ich glaube, deswegen hat der Typ ja auch eine Brille auf. Äh, Brille. Ne, eine Brille hat er nicht auf. Aber du nützt ihn so. Ich bin total durchgegangen. Oh, wenn du mich zum Beispiel so von der Seite sehen würdest. Zum Beispiel bei einer Facecam. Okay. Geht schon klar, ne? Da bin ich ja heute wirklich gezwungen, irgendetwas aufzunehmen. Das machen wir jetzt hier dran. Ich glaube, wenn meine Eltern es jetzt wüssten, ich glaube, die würden mich verprügeln. Nein, sie würden sie nicht machen. Sie haben mich noch nicht verprügelt. Denkt euch nichts mehr. So, es sieht doch gleich schon viel, viel besser aus. Hier wurde das hier empfehlt, ne? Dieses, that's it. Boah! Ich kann euch ja noch mal sagen, was es für eins ist. Ich glaube, es ist Sennheiser 151. Ahaha! Genau, die 151 da steht. Da! Ich bin da! Ich bin aufgeregt. Aber ich muss heute noch einkaufen gehen. Deswegen kann ich jetzt nicht gleich das so machen. Also um sechs gehe ich einkaufen. Es ist um fünf. Also habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, das hier irgendwie zu installieren und reinzuführen. Aber danach kann ich erst spielen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich Herr der Ringe online aufnehme. Aber irgendwie traue ich mich nicht. Ich habe gestern das installiert und, also gedownloadet und habe auch ein bisschen gespielt. Ich habe auch schon andere Spieler mit entdeckt. Wir haben dann sozusagen schon ein bisschen zusammen gespielt. Die haben mir so geholfen, die Monster loszuwerden. Manchmal, wenn wir uns gerade so über den Weg gelaufen sind. Auf jeden Fall war das schon richtig cool. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ja. So, ich bin gerade hier auf YouTube. Mal nach Dingens gucken. Und ich muss das jetzt gerade austesten. Wegen langen Kuppeln und so. Und ob es auch so bequem ist. Ich bin verrückt. Eigentlich wollte ich mir das ja erst ganz zum Schluss kaufen, wenn ich schon meine schöne Kamera habe. Aber nee. Und ich habe heute in der Schule etwas entdeckt. Und zwar, ich habe drei Abonnenten bei meinem Game-Kanal. Nur einer davon bin ich. Ich habe mit Shirashu, nein, Shirashu LP abonniert. Damit ich auch in der Schule gucken kann, wie so meine Videos ankommen und so. Ich träge das irgendwie nicht mehr hin. Das ist auf meinem Handy, dass ich da auch irgendwie das Konto wechseln kann. Aber na gut. Und ich habe heute gleich mal nach Spielen geguckt. Nach neuen Computerspielen, die ich vielleicht auch spielen könnte und jetzt playen könnte. Aber ich habe nichts gefunden. Carsten Ringe. Wer ist Carsten? Ringe. Hallo Carsten Ringe. Du hast mich abonniert. Ich gucke gerade dein Profil an. Ich finde das richtig genial. Und irgendwie soll es hier auch so mit... Ah, genau. Hier kann man das dann laut durchstellen. Denn es ist perfekt, wenn zum Beispiel Zwischensequenzen sind. Dann kann ich das einfach ausschalten und dann habt ihr nicht störende Nebengeräusche. Aber ich hoffe dann, dass man meine Maus nicht so hört, wenn ich das hier jetzt habe. Und meine Tasse tut nicht. Ich glaube, ich werde das jetzt mal reinstehen. Kabel. Noch mehr Kabel. Irgendwann herrscht ein komplettes Kabel... Ein kompletter Kabelsalat hier. Herrscht jetzt schon, aber noch mehr. Ich sehe sehr regezart. Okay, dann sage ich jetzt einfach mal Tschüssi. Und ihr könnt ja auch mal bei meinem gelben Kanal vorbeischauen. Da werde ich auf jeden Fall das testen. Und meine Let's Plays werden einfach auch viel besser werden. Nein, kurz noch zwischendurch. Genau, die wollte ich euch jetzt nochmal ganz schnell zeigen. Weil es ja doch noch kein gelben Kanal ist, sondern ein neustes Video. Und deswegen... Diese Schuhe habe ich mir gekauft. Für 30 Euro. Irgendso. Haha. Ach ja, die habe ich von Deichmann. Das war es jetzt wirklich. Und dann sehen wir uns einfach irgendwo wieder. Egal wo. Tschüss. Tschüssi. 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 Bis zum nächsten Mal.